Moin! Willkommen am Bahnhof in Büchen, an den Bahnsteigen für die Züge der Bahnstrecke von Lüneburg über Lübeck nach Kiel. Im Nahverkehr von Schleswig-Holstein wird diese Verbindung als Regional-Expresslinie RE 83 betrieben. Anfang 2023 waren Dieseltriebwagen des Typs Lind 41 im Einsatz. Hier fährt ein Zug nach Lüneburg in den Bahnhof Büchen ein. Dort kreuzt er mit einem Zug in der Gegenrichtung. Das Geräusch, das hier zu hören ist, stammt nun nicht von dem Dieseltriebwagen, sondern von einer E-Log der Baureihe 146, die links von unserem Standort mit einem RE nach Hamburg abfährt. Elektrisch soll allerdings auch bald auf der Linie RE 83 gefahren werden. Ab Mai 2023 sollen hier nach und nach Stadler-Flirt-Akkutriebwagen zum Einsatz kommen. Sie sollen ihre Akkus an Oberleitungsinseln nachladen, also an kurzen elektrifizierten Abschnitten entlang der Strecke. Somit ist jetzt noch Gelegenheit, die Dieseltriebwagen zu filmen. Eine der Oberleitungsinseln wird in Büchen sein. Südlich des Bahnhofs reicht die Oberleitung bis zum Bahnübergang Hasental. Ich wünsche Euch nun viel Spaß beim Ansehen! Applaus abli Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2021 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020